Heute stelle ich dir eine ganz besondere Aktie vor. Es ist Polymetal. Bis vor kurzem war es eines der profitabelsten Goldmin-Unternehmen der Welt. Doch dann stürzte die Aktie um rund 90% ab. Das geschah im Februar und März 2022. Hier könnte nun eine spannende Kaufschosse liegen. Polymetal steht nach wie vor weltweit in den Top 10 bei Gold und in den Top 5 bei Silber. Das Papier hat sich seitdem etwas erholt, die alten Kurse sind jedoch meilenweit entfernt. Der Grund für den Abschluss ist sofort klar. Das Unternehmen muss irgendwas mit Russland zu tun haben. Und das tut es auch. Polymetal wurde in St. Petersburg gegründet. Die USA, Kanada, Großbritannien, Japan und unsere EU haben einen Importstopp für russisches Gold verhängt. Russland selbst kauft anscheinend verstärkt Gold aus eigener Herstellung. Doch die westlichen Sanktionen belassen die Verkäufe. Die Lage für Polymetal sieht auf den ersten Blick düster aus. Die ganze Geschichte hört sich so ein bisschen wie die Story um Gazprom an. Die Aktie ist bei uns schon lange vom Handel ausgesetzt. Als EU-Bürger kannst du kein russisches Aktiendepot öffnen. Wenn nichts schnell genug war, sitzt du auf dicken Verlusten und kannst nicht verkaufen. Wie zur Hölle komme ich auf die verrückte Idee, ein Video über Polymetal zu machen? Das ist genauso wie Gazprom eine Rohstoffaktie. Denen kann das Gas oder besser gesagt das Gold jederzeit abgedreht werden. Es gibt zwei gravierende Unterschiede zu Gazprom. Erstens. Hier siehst du die Polymetal Aktie. Oh Wunder. Es findet Handel statt. Der Aktienkurs wurde zwar verprügelt. Du kannst aber fleißig kaufen oder verkaufen. Das ist möglich, weil Polymetal ein anglo-russisches Unternehmen ist. Bis 2022 war es sogar am Fuzi 100 gelistet. Das ist einer der wichtigsten britischen Aktienindizes. Polymetal hat seine Zentrale in St. Petersburg, die Hauptholding, ist jedoch auf Zypern eingetragen. Und genau diese Hauptholding befindet sich im Besitz eines in Jersey ansässigen Unternehmens. Das ist eine Kanalinsel. So kommt der Bergbaukonzern zur britischen Indexnotierung an der LSI. Das ist die London Stock Exchange. Was ist der zweite Unterschied zu Gazprom? Hier siehst du die Gazprom Pipelines vor der ganzen Ukraine Geschichte. Der Gasgigant holt seine Rohstoffe aus russischer Erde. Und hier siehst du die Produktion von Polymetal. Man betreibt aktuell 10 Minen. Das sind Gold- und Silberminen. Zwei davon befinden sich in Kasachstan. Das sind die beiden Goldminen Varvara und Kysil. Für die Zukunft ist ein weiteres Projekt namens Pox Free geplant. Dort schaut man noch, wie lukrativ die Sache ist. Kasachstan eröffnet eine spannende Chance. Der Bergbaukonzern kann sein Russland-Geschäft ausgliedern und sein Kasachstan-Geschäft ganz einfach an einer Börse in Kasachstan listen. Was für ein Geniestreich. Das zentralasiatische Land wird weder von Russland oder der westlichen Welt sanktioniert. Russland hat ja seine Liste der unfreundlichen Staaten. Kasachstan steht dort nicht drauf. Sogar China ist gut auf sie zu sprechen. Präsident Xi Jinping hat vor ein paar Monaten höchstpersönlich gesagt. Ich versichere, dass die chinesische Regierung den Beziehungen zu Kasachstan große Aufmerksamkeit schenkt. Wir werden Kasachstan auch in Zukunft entschlossen bei der Verteidigung seiner Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Integrität unterstützen. Eine Ausgliederung des Russland-Geschäfts würde zahlreiche Vorteile bringen. Erstens habe ich gerade gesagt, man wäre nicht mehr von Sanktionen betroffen. Zweitens, das kasachische Geschäft könnte wieder fair bewertet werden. Aktuell gibt es ja wegen der Russland-Sache heftige Abschläge. Drittens, es sind wieder Dividenden möglich. Momentan sind die Zahlungen blockiert. Das alles sind starke Vorteile. Deshalb möchte das Management die Ausgliederung durchziehen. Die Aktionäre wurden informiert. Am 30. Mai findet die Abstimmung statt. Um auszugliedern, soll das Primärlisting von London zur Astana Stock Exchange in Kasachstan verlagert werden. Das D-Listing in London wäre dann für den 17. Juli geplant. Ich sehe gute Chancen, dass dies klappt. Sonst hätte ich dieses Video gar nicht erst gemacht. Die Vorteile liegen aber klar auf der Hand. Man kann sein Russland-Geschäft verkaufen und stärker in Kasachstan investieren. Von London aus ist nämlich keine Ausgliederung möglich. Das untersagt Putins Liste der unfreundlichen Staaten. Die Aktien der russischen Tochtergesellschaften können so nicht ausgegliedert werden. Ausgliederung, Dividenden, politische Ruhe. Das alles ist nur von Kasachstan aus möglich. Die beiden kasachischen Minen machten übrigens letztes Jahr mehr als die Hälfte der Gewinne aus. Deshalb finde ich eine Polymetal ohne politische Zwänge als Investment spannend. 2023 soll es sogar wieder einen freien Cashflow geben. Der zuletzt starke Goldpreis ist hier ein starker Helfer. Polymetal sitzt noch immer auf Goldvorräten aus 2022. Die Bestände sollen im Laufe des Jahres abverkauft werden und die Finanzen aufbessern. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die größten Störungen seit dem vierten Quartal 2022 vorbei sind. Damit sind natürlich die ganzen politischen Störfeuer gemeint. Das größte Problem, wenn wir einmal die Politik ausklammern, sind die hohen Schulden. Sie liegen aktuell bei 3 Milliarden Dollar. 65% davon sind den US-Dollar. Das ist ein Problem, weil man wegen der Russland-Connection schwerer neue Dollar-Kredite rankommt. Deshalb versucht man seine Schulden stärker in Renminbi zu finanzieren. Für 2023 sind die Schulden überhaupt kein Problem. Man hat 630 Millionen Dollar an Cash. Nächstes Jahr wird jedoch eine größere Summe fällig. Doch bis dahin sollte der Börsenumzug durch sein und vielleicht gibt es gute News bei der ganzen Russlandsache. Rein fundamental ist das Unternehmen lächerlich günstig bewertet. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 0,6. Der Buchwert entspricht dem Eigenkapital des Unternehmens. Polymetal notiert unter 1, was eine klare Unterbewertung ist. Okay, sie haben höhere Schulden. Die geringe Bewertung hat aber vor allem politische Gründe. Die Politik könnte wegen dem Börsenumzug bald Geschichte sein. Deshalb sehe ich hier eine spannende Turnaround-Kaufchance. Das Papier eignet sich für langfristige Dividendeneinleger, sollte meine Idee aufgehen. Es ist aber eine sehr spekulative Idee. Ich würde hier nur Risikokapital reinstecken und das über mehrere Jahre. Polymetal ist keine Aktie, die man sich für ein paar Monate kauft. Kurzfristig kann es nämlich weitere Rückschläge geben. Mit einem entspannten Realty Income oder Procter & Gamble hat das nichts zu tun. Dafür gibt es bei Polymetal reichlich Kurspotenzial, sofern alles glatt läuft. Klappter Umzug kannst du Polymetal an der Börse in Kasachstan handeln. Du brauchst einen Broker, der dir den Handel dort anbietet. Irgendwelche ADRs oder GDRs würde ich nicht kaufen. Das sind nur Hinterlegungsscheine. Gazprom ist ein mahnendes Beispiel. Freedom24 ist der einzige Broker, wo du echte Aktien aus Kasachstan handeln kannst. Also keine ADRs oder GDRs, sondern wirklich echte Aktien. Das ist sonst bei keinem deutschen Broker möglich. Freedom hat da eine exklusive Kooperation mit der kasachischen Börse. Hinter mir siehst du die Broker-Webseite. Alles ist einfach strukturiert. Ich klicke auf Börse Kasachstan und sehe alle angebotenen Aktien. Kasa Tomprom finde ich zum Beispiel sehr spannend. Sagen wir, das Voting für das Primärlisting in Kasachstan verläuft positiv. Dann taucht die Aktie schon bald in dieser Liste hier auf. Ich habe dir den Broker unten im ersten Kommentar verlinkt. Schau rein, um dich selbst zu überzeugen. Kasachstan ist generell für seine Rohstoffe berühmt. Man ist Weltmarktführer für Uran. Das nationale Atomunternehmen, Kasa Tomprom, haut mal eben ein Viertel der Gesamtweltproduktion raus. Ich habe ein ausführliches Video zu dieser spannenden Uran-Aktie gemacht. Du findest es hier oben verlinkt. Es gibt noch eine wichtige Frage. Was passiert mit alten Polymetal-Aktien, wenn du zum Beispiel jetzt einsteigst? Sagen wir einmal als Beispiel, du kaufst jetzt Aktien und es kommt zum Umzug. Der Handel findet dann in Kasachstan statt. Um weiterhin handeln zu können, überträgst du die Aktien zu einem Broker mit kasachischer Handelsanbindung. Wie gerade erwähnt, kannst du über Freedom24 ganz einfach in Kasachstan handeln. Du brauchst also kein Brokerkonto in Kasachstan. Das wäre auch viel zu stressig, nur wegen einer oder zwei Aktien. Du kannst die ganzen ADR- und GDA-Geschichten ganz easy über Freedom managen. Direkt neben mir siehst du eine Beschreibung mit allen wichtigen Infos zum Aktienübertrag. Ich habe sie dir unten in der Beschreibung verlinkt. Abonniere meinen Kanal, wenn du mehr kreative Aktien, die wir dieses Video hier sehen möchtest. Ich habe noch ein Video zum kasachischen Aktienmarkt in der Pipeline. Ich haue aber auch regelmäßig Videos, zum Beispiel über deutsche oder amerikanische Nebenwerte raus. Gebt mir ein Like, wenn dir das Video gefallen hat und denkt dran.